Hallo, hier ist Maike mit dem Gruß von Outer Space. Ich sitze hier in meiner wundervolle Space-Kabine und möchte euch was am Herzen legen. Ich habe etwas zu verlosen. Es ist jetzt Dezember, so es ist wieder eine schöne Zeit, eine Kleinigkeit zu verschenken. Diese Karten sind individuell gestaltbar und haben jeweils zwei Blasen, wo du einen lustigen Spruch reinschreiben kannst. Los geht's mit deinem Space-Gruß. Möchtest du diese fünf Karten gewinnen? Was du dafür tun sollst? Oh, das ist gar nicht so schwierig. Unter diesem Post schreibst du bitte zwei Freunde in die Kommentare, die sich freuen würden über diese Kunstkarte. Außerdem teilst du diesen Post in deiner Story mit einem fröhlichen Space-Gruß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017